Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu einer neuen Folge von 5 Transfers für und heute viel gewünscht mit Holstein Kiel. Denn die Kieler haben ja eine wirklich starke Saison gespielt, trotzdem hat es mal wieder aufgrund der Relegation nicht für den Bundesliga-Aufstieg gereicht. Trotzdem waren es über weite Schrecken der Saison richtig gute Leistungen und natürlich auch bedingt durch viele Unwägbarkeiten wie die Corona-Pandemie, besser gesagt die Quarantäne. Man hat extrem viele Spiele gehabt, jetzt geht aber der Blick nach vorn und das auch mit Coach Ole Werner, der bleiben wird und natürlich auch mit Sportboss Uwe Stöber. Beide planen nun gemeinsam die neue Saison und haben einige Baustämme, denn mit Meffert, Lee und Serra verlassen drei Schussspärer die Ostsee und müssen natürlich auch allesamt logischerweise ersetzt werden. Defensiv wurde der Kader schon verstärkt, aber vor allen Dingen im Mittelfeld wie auch in der Angriffsreihe muss ordentlich nachgebessert werden und dafür braucht es meine fünf Transfers. Wie schon angesprochen wurden die Ausaufgaben in der Defensive schon erledigt. Alle Positionen sind doppelt besetzt, das Torwart Trio besteht nun aus Gelios, Däne und Weiner. Zudem wurde der Abgang von Yannick Dehm mit Julian Korb ablösefrei aufgefangen. Allerdings reißt davor Jonas Meffert auf der Sechs eine große Lücke und diese Lücke kann für mich Adrian Fein von den Bayern schließen. Der ehemalige Hamburger war vergangene Saison an den PSV Eindhoven verliehen und konnte dort nicht endgültig überzeugen. Nun will der 22-Jährige wohl seinen Vertrag bei den Bayern auflösen und wäre damit ablösefrei zu haben. Gehalstechnisch kann es aber natürlich extrem problematisch werden. Fein müsste ordentlich zurückstecken. Ansonsten ist das für mich aber eine Win-Win-Situation für alle. Kiel kriegt ablösefrei, einen jungen Spieler mit Potenzial. Fein passt spielerisch wirklich perfekt ins Kieler Ballbesitzsystem. Und wenn alles funktioniert, sorgt in einem Jahr vielleicht auch in zwei, vier Millionen Gewinnen und er kann auch noch den nächsten Schritt gehen. Wäre glaube ich für Adrian Fein eine wirklich richtig gute Zwischenstufe. Auf der Acht und damit eine Position im 3-Mittelfeld weiter vorne fehlt den Störchen die Breite. Mühling ist sicherlich ganz klar gesetzt. Dahinter kam Laiga mit Niklas Hauptmann. Obwohl er eigentlich nur als Backup eingeplant war, aber trotzdem zu über 30 Einsätzen. Gesucht ist damit ein Spieler, der möglicherweise auch vorerst als Backup dienen kann, aber auch jederzeit spielen kann, wenn es denn nötig ist. Und genau da kommen wir auf Tobias Raschl von Dortmund 2. Der 21-Jährige gilt ja gefühlt schon seit Jahren als das Mittelfeldtalent beim BVB, konnte sich aber bislang bei den Profis noch nicht wirklich durchsetzen. Sicherlich ist es für ihn auch ein Vorteil, dass die zweite Mannschaft nun nächste Saison dritte Liga spielt und somit nicht mehr nur Regionalliga. Allerdings kann auch nach seiner starken Regionalliga-Saison, er hat als Achter sogar neun Tore gemacht und neun Tore vorbereitet, auch direkt der Sprung in Liga 2 wertvoll sein. Auch finanziell dürfte das Geschäft kein Problem sein, zumindest kein großes Problem. Sein Vertrag läuft nur bis 2022, entweder verlängert er somit in Dortmund, ist damit Palaje zu haben, ähnlich wie im Vorjahr bei Hauptbahn oder davon mit Salih Ödjan. Oder er ist eine günstige Summe mit möglicher Rückkaufoption dann auch zu haben. Sprich Tobias Raschl, Kiel, das kann passen. Und mit dem 3-Mittelfeld sind wir lange noch nicht fertig, denn vor allen Dingen, Ji Song Lee muss ersetzt werden. Der Südkoreaner war im Offensivspiel sicherlich der Schlüsselspieler schlechthin und wird nun ablösefrei gehen. Sprich, man bekommt noch nicht mal eine Millionen-Absumme oder Ablösesumme dafür, dass man ihn ja abgeben muss sozusagen. Der 28-Jährige würde nämlich gerne Bundesliga oder Premier League spielen und da wird wahrscheinlich auch sein Weg hinführen. Damit ist ein neuer Zehner dringend notwendig und mein Vorschlag ist dort Lukas Sadilek von Slowako aus Tschechien. Der 25-Jährige konnte in der 1. Tschechien Liga jetzt auch endgültig mal wieder überzeugen. Diese Saison machte er 6 Tore und bereitete starke 9 Treffer vor. Da sein Vertrag 2022 aussort, ist natürlich jetzt auch für ihn die Frage, wo sieht er seine Zukunft? Bleibt er in Tschechien oder wagt er doch den Sprung ins Ausland? Und dann wäre Kiel sicherlich eine super Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und die Kieler bekommen ihren Zehner. Bei mir war es so, beim Blick auf 5 Transfers für Kiel, dass ich 4 Positionen schnell gefunden habe, aber eine 5 habe ich mir etwas schwer getan, weil an sich der Kieler Kader schon ganz gut zusammengestellt ist. Allerdings heißt dieses Nummer 5 Transfers und eine Position habe ich dann doch noch gefunden, auf die ich nochmal ganz gut eingehen könnte, wo auch ein Spiel benötigt wird, finde ich. Und das sind die Flügeln. Zumindest, wenn auf den Flügeln Leute die Kieler verlassen werden. Denn im 4-3-System waren letzte Saison Bartels und Reze bei weiter Teile gesetzt. Dahinter hätte man mit Mace, Porat, Awuke sowie Leire, Keiran Baku und Datanga einigen Möglichkeiten. Allerdings ist eben fraglich, wie mit diesen 5 Alternativen geplant werden wird, ob überhaupt alle bleiben, ob vielleicht auch Mace, Porat wechseln möchten, um noch mehr zu spielen. Und somit, finde ich, kann Khaled Narei eine wirklich gute Alternative darstellen. Der Rechtsaußen ist nämlich ablösefrei zu haben. Sein Vertrag am HSV wurde vor ein paar Tagen aufgrund weniger Einsatzzeiten aufgelöst. Und der 26-Jährige würde die Flexibilität noch einmal erhöhen. Er ist eigentlich perfekt für eine Fünferkette, für rechts, weil er einfach eine gute Mischung, was Defensiv- und Offensiv-Power hat. Bei Kiel gibt es die Position natürlich nicht, aber somit kann er eben auch Rechtshinten aushelfen. Man weiß ja nicht, wie es mit Julian Korb funktionieren wird, der ein Jahr vereinslos war. Und er kann auch als Attentiv für links außen dienen und somit die Lösung für eine offensiv- oder für eine flexible Außenbahnlösung sein. Wo man da auf jeden Fall noch nachlegen muss, und dort kommen wir auch zum wichtigen 5. Transfer, ist die Position des Stürmers. Denn dort wechselt Janiceira in die Bundesliga zu Arminia Bielefeld mit 13 Toren, war er der Top-Torschützenkönig in Kieler Rhein. Auch sein Backup, wenn er mingiert, er geht, er wechselt nämlich zu Eintracht Braunschweig. Damit werden zwei neue Stürmer benötigt. Einmal, ja sozusagen Nummer 1 im Sturm, einmal im Backup. Und mit Holmberg, Aaron Fried, Jonsson ist schon einer da, den ich aber aktuell wahrscheinlich eher als Backup einplanen würde. Der E-Sender kommt aus der Serie B. Ein neuer Sturm für die 1. Elf ist damit gesucht. Mit Vierter Arp, Steffen Tigges, wie auch Kevin Behrens gibt es verschiedene Gerüchte auf verschiedene Stürmertypen. Denn klar ist, Ole Werner sitzt gerne auf einen typischen Neuner, auf einen Strafraumstürmer, der auch eine gewisse Größe mitbringt. Und am besten passt es an mich, aber dann, wenn ich die Gerüchte mal beiseite lasse, Marvin Pieringer. Der Stürmer war letztens auch von Freiburg 2 an den Witzburger Kickers verliehen und zeigte mit 6 Toren in 20 Spielen sein Potenzial. Zumindest, dass auf jeden Fall mehr möglich ist. Freiburg 2 ist ähnlich wie der BVB, 2VB-Wein bei Raschl in die 3. Liga aufgestiegen. Somit kann natürlich auch da den nächsten Schritt gehen. Aber ich finde schon, dass er in Liga 2 gezeigt hat, das was mit ihm geht, dass er da auch bestehen kann. Und somit ist das aktuell sicherlich die beste Liga. Und für mich auch Kiel die perfekte Plattform, um im Unterhaus wirklich viele Spiele zu machen. Und natürlich im besten Falle für alle Parteien auch viele Tore. Also, bei Kiel ist einiges los im Kader. Nun nochmal kurz zu einer möglichen 1. Elf. Wobei natürlich die Abgänge mit Meffat, Serra, Reimann, Giert, Lee dem und Hauptmann mit einrechnen. Denn zudem gehe ich auch davon aus, dass bei meinen 5-3-Zessern auch nochmal Abgänge auf den Flügeln, wie auch im Sturm, ja einfach passieren werden. 4-3 ist das Erfolgssystem von Werner. Sprich, offensiver Ballwitz-Fußball ist favorisiert. Und dafür haben wir jetzt auch wirklich gute Spieler sicherlich gefunden, die auch direkt weiterhelfen können. Im Tor ist Gelios die Nummer 1. Dene als sehr, sehr guter Backup die Nummer 2. Die 4er-Kette bleibt erstmal so, wie sie war. Neumann holt sich endgültig den Stammplatz, den vorher Janik Dehm inne hatte. Aber trotzdem hat Neumann schon viel gespielt in der Rückrunde. Vor allem auch Wahl als Käpt'n gesetzt. Daneben hat sicherlich Simon Lorenz gute Chancen. Dann noch Vandenberg als Erfahrener. Oder eben Kierkeskopf. Dahinter dann eben mit Julian Korb oder auch Narey für rechts eine Möglichkeit. Mit Teska und Komenda zwei weitere potenzielle Stammspieler. Sprich, man ist dort wirklich auf jeder Position doppelt aufgestellt. Muss damit nicht mehr wirklich viel machen. Auf der 6 wäre dann Adrian Fein, der neue, wichtige Spielgestalter von hinten heraus. Inioski hätten wir dort als Erfahrenlösung als Nummer 2. Dann auf der 8 natürlich Mühling gesetzt. Daneben dann Sadilek, also sozusagen der Lead-Nachfolger. Dahinter mit Raschl und Arslan verschiedene Varianten. Und dann die Dreierreihe im Sturm. Bleibt auf den Flügeln bei Bartels und Reze. Im Sturmzentrum Piringer. Und dahinter dann noch Fried Jonsson. Wie auch links habe ich mich auch für Baku entschieden. Der auch durchaus in der Leiststation Erfolg hatte. Und auf rechts Narey. Und es gibt noch, wenn man jetzt auf das Federeisystem guckt, auf den Kader guckt. Weitere Möglichkeiten in der Offensive. Also da muss auf jeden Fall vorhin auch auf den Flügeln ausgedünnt werden. Kiel ist knapp an der Bundeswehr gescheitert. Trotzdem war es eine immens starke Saison. Im DFB-Poker ging es da sogar bis ins Halbfinale. Durch die starken Leistungen wurden aber logischerweise auch einige Schussspieler begehrt bei anderen Klubs. Und das ist dann eben auch passiert, dass einige weggegangen sind. Und die natürlich auch ersetzt werden müssen. Wichtig dafür ist natürlich auch, dass Ole Werner erstmal bleibt. Weil er kann auch dann die neuen Spieler auf ein neues, besseres Level heben. Und vielleicht auch auf ein ähnliches Niveau, wie eben seine besten Spieler jetzt waren. Zusammen mit Stöver traue ich ihm dann auch Kiel zu. Genau solche guten neuen Spieler zu finden. Holt man vielleicht auch meine fünf Spieler, ist möglicherweise auch der Bundesliga-Aufstieg diesmal endgültig drin. Ich freue mich auf Holstein Kiel. An der Ostsee geht wieder einiges ab mit einigen Transfers. Aber ich bin mir sicher, sie können auch diesmal wieder gute Leute finden, um eben ihre Schussspieler zu ersetzen. Die Frage ist halt wirklich, reicht der Karte dann für einen möglichen Bundesliga-Aufstieg oder nicht? Vielleicht geht es auch eher wieder etwas Richtung Mittelfeld, dass man sich ein, zwei Jahre fangen muss und dann wieder neu angreifen wird. Aber ich traue Kiel auf jeden Fall einiges zu. In dem Sinne, eure Meinung in die Kommentare. Wo lag ich vielleicht richtig? Was denkt ihr passt gut? Vielleicht aber wo auch lag ich komplett falsch? Also was habe ich vielleicht gar nicht so richtig gesehen, wie vielleicht ihr als Kiel-Fans? Das würde mich mal sehr interessieren. Und wenn es euch ansonsten gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns. Heute haben wir wieder EM-Live-Talks. Unter anderem spielt Deutschland gegen Ungarn ab ungefähr 20.15 Uhr sind wir da schon live. 21 Uhr ist Anstoß. Checkt das gerne ab. Würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns dort wieder. In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.